Ohne viel Blablabla und hin und her und irgendein Quark. Also am Freitag haben wir hier eine Frau gehabt, die erzählt, sie kommt aus der Ukraine, Krieg und so weiter. Mit ihren drei Kids. Heute lese ich eine Studie, dass mRNA die DNA verändern kann. Während wir gleichzeitig, und die Studie ist vom Februar, während wir am 3.3. eine Gesetzesvorlage haben für eine Impfpflicht. Und ich denke mir gerade so, okay, sind wir jetzt alle bescheuert oder was? Sind wir alle bescheuert? Kann mir das bitte einer sagen? Normalerweise, wenn ich jetzt hören würde, wenn ich jetzt entscheiden würde, zum Glück kann ich nicht entscheiden, niemand sollte entscheiden direkt so. Ich hätte jetzt persönlich gesagt für mich, oh, guck mal, bei der Impfgeschichte, wir hören mal mit der Impfung auf, vor allem jetzt, wo Omikron los ist. Wir machen ja hier auch eine Friedensstudie, Bürgerbefragung mit einem Friedensdialog, den haben wir auch noch hier laufen. Und wir machen auch eine Blutstudie. Und es ist halt einfach so, die meisten Menschen haben sowieso Omikron. Und bei den meisten Menschen geht der Blutwert sowieso aktuell gerade hoch. Und die merken das gar nicht. So, das dazu. Und wenn ich dann nebenbei noch höre, dass irgendwie der Impfstoff in den Zellkern eindringen kann, was bedeutet, dass das Genom verändert, und das ist natürlich dann auch vererbbar, soweit ich das weiß, dann würde ich sagen, einfach mal stoppen. Und nicht, oh ja, mir ist nichts passiert, weiter geht's. Ja, und das alles, und hier mit Krieg und Tralad und alles, das liegt daran, das liegt an nur einer einzigen Sache. Wenn das Ego des Menschen Fehler nicht zugeben kann. Können Fehler nicht zugeben, ja, und klar kommt dann jetzt und die oben und Profit gehen und blablabla und der ganze Quark. Ja, aber wir unten, wir unten, ja, und damit zähle ich mich ganz normal dazu, ja. Ja, wir können meistens Fehler nicht akzeptieren, ja, sie uns selbst zugestehen und schieben sie dann einfach auf irgendjemand anderen, ja. Und da müssen wir einfach mal aufhören. Denn das bildet dann am Ende Egos, denn solche wie wir oder andere werden dann halt gewählt, ja. Und diese Egos entscheiden dann und die können auch Fehler nicht zugeben. Beispiel, wir haben jetzt hier dieses Russland-Ukraine-NATO-Westen-Wie auch immer-Konflikt, ja. Da wäre jetzt ganz simpel gesprochen, eine ganz simple Sache, im Prinzip ist es so, wenn Putin das bessere Angebot hat, dann gehen sie zu ihm, die Ukraine, und wenn nicht, dann gehen sie zum Westen. Und wenn er jetzt zugeben kann, okay, ich habe das Duell halt nicht gewonnen, weil ich das beschissene Angebot habe, dann akzeptiert er das. So, und dann sagt er, nee, ich schieße da rum, ja. Rumschießen ist immer, ich habe es nicht hinbekommen und also muss ich es mit Gewalt machen. Geht gar nicht, tut mir leid. Ja, und die anderen sind auch mit Schuld, selbstverständlich. Das ist gestörte Kommunikation, Leute, gestörte Kommunikation. Und zwar die Kommunikation erstmal mit uns selbst, dass wir Fehler nicht zugeben können. Und jetzt wäre es halt so, okay, nicht, oh, ja, es dringt in den Zellkern ein, aber scheiß drauf, gehen wir morgen Tennis spielen, ja. Sondern, hey, wir haben da einen Fehler gemacht und vielleicht sollten wir jetzt einfach mal erstmal kurz auf die Bremse drücken, bevor wir alle weiterhin extreme, extreme Fehler begehen. Bevor nachher noch irgendeiner irgendeinen Scheißdreck macht, ja. Ja, weil, hey, toll, wir haben Krieg, wir haben hier das dringende Genom ein, ja. Wir haben eine Pandemie, ja, während irgendwelche Idioten dort draußen noch irgendwie was mit Atomwaffen rumreden. Und danke Medien, man macht es nicht besser. Und ich hoffe, die Leute haben ein bisschen den Fokus drauf gehabt, dass es gerade eben noch Pandemie war, jetzt ist Krieg. So, und das ist bei den Medien, ja, nochmal, das habe ich beim letzten Video auch gesagt, es geht darum, dass ihr sie konsumiert. Also das bestimmt sowieso schon mal in welche Richtung, ja, wenn wir sie konsumieren, bestimmt es in welche Richtung wir denken. Das beeinflusst uns mit. Wenn ich dir das jetzt sage hier mit dem Genom und du hast es nicht gewusst, beeinflusst das mit. So, das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, ja, mit uns selbst auseinanderzusetzen, okay, bevor wir jetzt dumme weitere Fehler machen, wie wäre es mal mit Handbremse ziehen? Und wir alle schalten mal einen Gang zurück, Leute, okay? Weil mit der Dynamik, mit der wir das gerade machen, können wir es eigentlich nur noch versemmeln. Das ist genau das, ich weiß nicht, welches Video das war, habe ich gesagt, wenn die Dynamik hoch ist, ja, dann gibt es keine Zeit mehr zu überlegen und alle handeln nur noch und dabei kann nur Scheiße rauskommen. Mein Tipp, wie wäre es damit, einfach mal einen Gang runterzuschalten und zwar alle, egal in welchem Thema. Ob jetzt hier Impfung oder Krieg oder irgendwas anderes. Hallo, hallo, was ist denn los mit euch? Was ist denn mit uns allen los? Wo waren wir vor zwei Jahren, drei und wo sind wir jetzt, ja? Ja, okay, und was soll ich dazu sagen noch? Alles, was ich sage, ist am Ende Bullshit. Geht mal in euch rein und wir alle haben, glaube ich, hunderte von Fehlern gemacht. Die andere Sache, die einzige Sache, wir können sie nur nicht zugeben. Ja, von mir aus übernehme ich die Schuld. Ich bin schuld. Von mir aus an allem ist es mir egal. Wenn es euch gut tut, dann schiebt mir die Schuld zu, ja? Ja, schreibt hier in die Kommentare, wofür ich jetzt die Schuld übernehmen soll, ja? Habe ich gar kein Problem damit. No problem, ja? Und keine Ahnung, was ich hier geredet habe, ist bestimmt auch Bullshit vieles, ja? Nicht mit Absicht. Ich glaube, keiner macht es wirklich mit Absicht. Ich sage, oh, jetzt habe ich aber Bock, Bullshit. Doch, manche gibt es bestimmt auch. Es gibt keine 100 Prozent, blablabla, blablabla. Aber hey, ich würde mal sagen, Gang runterschalten. Und ja, ich hoffe, wir kriegen das noch gebacken, dass wir hier ein paar Sachen normal fertig kriegen und ich dann auch wieder ein normales Video schicken kann, wo wir sagen, hey, ja, wir sind ein bisschen alle runtergefahren, die Dynamik ist nicht so hoch und wir können jetzt wieder alle normal miteinander reden. Und bis dorthin, kehrt mal in euch und schaltet den Gang runter. Und besinnt euch mal wieder auf Werte. Hey, wie war es denn vor drei Jahren? Wie war es denn vor drei Jahren? Wie war es denn vor drei Jahren? ert